die fallen sind ja auch noch überall schon entschärft oder was ja ok hat gut gezeigt hat gut gezeigt ein bisschen vorsichtiger seien ich glaube wir müssen in die andere richtung wohl hier liegen links und rechts auch noch ein paar sachen ich glaube gegen den geilen scheiß den kriegt man wirklich eher von gegnern oder wenn man holen und sowas also so große sicht sicherung also hier in der umgebung findest du höchste position oder halt den standard grauen scheiß maximal des blauen scheiß aber halt nichts super speziell ist reingelangt nioh danke alex a.k.a schaumlinie hello emma patten sam even damn hier war doch gerade irgendwo wasser ich habe einen sicherungsraum geöffnet und du bist weggerannt wobei ja da war ja strom an das braucht ein bisschen bis denn aus ist ich wollte da gar nicht rein wischen wieder eine picke alter ich habe schon drei picken gefunden in lila kann ich mal was brauchbares dabei sein wenn man schon eine sicherung opfern kann es nicht wenn ich mich immer irgendwie gleich wie bei metal gear 1 da riftungskanäle sind schon was tolles wo dabei die hart war der erste teil im nakatomi plaza zu weihnachten oder was der zweite aber den meine ich auch in der spiel messen Diese Leute werden gut sein. Sam kann sich selbst behandeln. Oh, da war die gar nicht wirklich. Ja, dann zurück. Kann ich meine, ich heile Sachen auch auf der Hand craften? Ja, ich weiß nicht. Es gibt so viele von ihnen. Oh, das ist ein Pickup. Ja, viel Spaß. Okay. Ich hab dich, mein Freund. Moment. Das war jetzt da lang, aber hinter uns ist, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Sieht hier recht groß aus hier hinten. Ist die Toilette? Huh, huh. Keiner drin. Hier kommen wir nicht durch. Ich bin ja auch nie jetzt. Ja, alles klar. Okay. Und dann geh schon mal haben wir alles. Okay. Okay. Oh, das ist noch zehn Sekunden. Fünf. Warte ich noch. Fünf. Vier. Drei. Drei. Eins. Da geht's. So, Munition. Craftyware, die Munition. Ich kann nicht- Ah, gut. Gut, gut. Darum geht's nicht. Oh, eine andere Munition. Viel. Wo gibt es zu viel? Ich muss mal einer erklären. Hi, Constant. Got anything? Hallo? Uh, okay, Constant. Bärchen. Bärchen. David, du hast so eine Schockwaffe, oder? Hm, der A? Ja. Schieß mal da vorne ans Ende. Vorne ans Ende? Was ist das? Da, Wasser. Vielleicht nicht so gut getroffen. Ich hab da eigentlich Wasser angemacht. Ist schon weg. Ich hab grad, die stehen vielleicht auf, deswegen werd ich da. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Zomby-Slayer in der Stadt. Nice. Ah, ich werde gut. Ich hab noch einen Schockwaffe. Ja. Ich hab schon kurz gemerkt. Haha. Ja! Das ist eine Sicherung. Oh ich habe nicht aufgepasst haben von hinten sind explodiert erst mal hinten runter ein schwer ist eine rote kiste wenn du hier noch mal über den zug rauf kommst oder daneben löst ich warte mir und mein jung ist was gutes raus bekommen ich nicht hoffe dass der schwer gar nicht so ist und Gut, dann machen wir mal weiter. Oh, sorry fellas, didn't mean to wake you. Das sah cool aus, Daniel. Der ist dir voll entplammt entgegengesprungen und du haust ihm einfach voll einer ins Gesicht mit diesem Klingring. Das sah gut aus. Aber ich back hier, glaube ich, fest, David. Ich brauche mal deine Hilfe. Ich komme nicht weg. Jetzt hänge ich sogar im Knie. Ja, aber ich komme hier nicht weg. Ja, leider, dann bleibt leider nur eins übrig. Hey, nochmal neu laden. Okay, danke. So, da sind wir wieder. An der gleichen Stelle, an der gleichen Welle. Hallo, David. Let's go. Hast du noch Wasser? Ich erinnere mich immer ein bisschen gleich an den Link. Da ist schon mal einer. Ich glaube, wir sind hier durch. Ich glaube, wir sind hier durch. Hier liegt noch eine Karte in der Ecke, David, wenn du sie noch nicht vielleicht hattest. Hier ist eine Karte. Hattest du noch nicht, wahr? Nee, hier liegt nichts. Okay, dann hattest du sie schon. Ist der ein bisschen weiter? Wunderschöne. 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 Wir haben einen Schrauch durch die Hollywood, mit dem Glück. Wie geht es mit dir? Keine Angst, ich bin Zomby-Proof. Nur in einem Schrauch. Sei es gut. Ein Schrauch. Diese großen Kettbewerben brauchen Kraft. Und das sieht tot aus. Jetzt seht durch die Tür. Alle es mitnehmen! Hast du dein Geheimnis, oder was? Oh, okay. Also doch ein Geheimnis. Oh, habe ich ja auch. Ich komme erst zu dir. Okay. Ah, okay. Die Sicherung meinst du? Ich meinte die kleine hier. Ich habe so eine geheime Tür aufgemacht. Pass auf, nicht reinlaufen. Awe! Hä! Ei, Knübel! Ich gehe drücken. Oh, scheiße. Äh, das ist so. Toaster in the bath. But turned up to 11. Ta-da! Hier habe ich schon. Ja! Aber du hast die da hinten aus dem Raum mitgenommen. Vielleicht habe ich es auch geschmissen. Ich hätte vielleicht nicht da so herum hüpfen sollen. Ich bin nicht das auf dem Weg. hast die batterie überschmeißen gelandet bei mir ja schreck er ist aber beide irgendwie bist du runtergerutscht eigentlich lagst du erst auf dem brett und ich die batterie von dann aber hier ist noch der raum aber okay da haben wir schon gelootet deswegen geht hier nichts mehr k alles die die batterie hast du nicht reingepackt ne die lag hier noch ich wollte dich ja hoch die dich und hier na dann kann die immer noch dann sehr schön nochmal zurück nicht Das war's für heute. und wieder zu es ist hier die batterie rausgefallen schießt ich bin woanders abgebogen aber ist das ein anderes arretal oder hier kam ich doch her hier kam ich her ja aus dem zubo ach ja ja super tt 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 ich war nicht giezt immer rein den energy Das gibt dir Energie. Gewehr-Muni habe ich voll. Okay, dann muss man im Gewehr schießen. Ah ja, okay. Ich war im Muni, David. Ah, das ist so funny. Wir müssen mehr ballern! Oh, David. Hey, hier sind keine Zombies. Aber jetzt gehe ich mir was im Magazin holen. Stimmt, ist ja nicht mal ein Volles. Da war ein Glöhrchen. Der chillt auf dem Glöhrchen. Noch mehr Muni. Nein, eigentlich nur ein Muni. Und du lootest doch voller Freude den Zug. ok ich sie 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 da ist hart oh hei sein hei sein hei sein hei sein hei sein Oh, hier ist die Kiste, David. Ich warte hier auf dich. Oh, das ist doch nicht. Ja, das ist gut. Lieber zu mir. Willst du nicht hoffen, dass du in der roten Kiste gutes Loot hast? Okay. Wenn du kannst doch das Loot, was du überhaupt hast, rauswerfen und mir schenken. Dann stellt er noch Ansprüche. Hallo, David. Wir sind hier alle in einem Kiste. Noch mehr Muni. Noch eine rote Kiste. Schöne Axt. Na, aber Digga, ich kann es... Gib mir die Sachen doch, wenn wir beim Händler sind. Ich kann doch nichts mehr mitnehmen. Ja, schon. Nur wegen dir, David. Alles kaputt dahin. Ich habe ein bisschen Half-Life. Wir sind gut. Patton denkt, wir sind nahe da. Du? Ich werde den Kiste nehmen. Ein Kiste? Könntest du einen fahren? einen fahren? Du musst ihn fahren? Ich werde es herausfinden. Enjoy your walk. Danke. Ich habe Bock. Ich will ballern. Da kommen sie. Ich will vielleicht nicht an den zukommen. Ich will mal losen wollen. 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 Ich will einfach ganz hoch bis jetzt. Der ist schon ein E-Pflug. Ich liebe es. Ich will mal losen wollen. Das war der Todesfache. Das war der Todesfache. Der Todesfache. Ja! Jetzt habe ich wieder gegengedrückt wird. Ich muss mal gucken, ob ich meine Waffe wieder eingesammelt habe, aber ja, habe ich. Oh, durchgeladen. Okay. 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 Was machen wir denn liegen, Leute? Ist auch okay. Also... Kann ich verkraften gerade so. auch noch nicht durch ja dass man da nicht dann liegt der nagel die stecke ich mein schmeißen aus rausschmeißen können wir ja recyceln einfach einmal durch ach so warte wir müssen hier unten durch ich bin da da oben das ist eine nagelpistole eine lila ladepistole du bist doch lila ich habe eine lila ladepistole ich habe eine die 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 ich habe es gemacht nagelpistolen action so in der art eigentlich würde ich mir auch gerne so man hieß das spiel das zombie spiel von von dem machen von live for the left weil die alten macher haben wir jetzt schon verwandelt weg vom blatt rausgebracht was war halt noch nicht wirklich so dass denn hinten kann die tür nicht zumal nicht an der bergbank nagelpistole ist noch nie mehr auseinander als du so langsam die haben sie etwas zu ihrer verteidigung zu sagen warum kommen wir nicht durch die tür david das ist die falsche tür das ist die superausrede generell die falsche tür Schade, jetzt gehts nicht mehr. Aber mega dicki. Schade, jetzt gehts nicht mehr. Ich bin das nicht, Leute. Ich hab die Ende hoch. DJ David in der Haus. Ja stimmt, Rutschangriffe. Ach guck mal, ich kann ja auch V drücken. Bleib mal hier. Jetzt bist du zäher mein Freund. Dankeschön. Hey. Du hast es geschafft. Schauer Reise. Keine Zeit für einen Gebrief. Wir haben einen Mob an unseren Haaren. Schauen wir uns diesen Helikopter und weg. Das ist ja, ich bin wieder. Ja, ja, ja. Hier und so, David. Da und so. Halt, halt, halt. Ich kann es nicht da machen. Halt, halt. Oh, er ist so schnell, er kann nicht hinterher. Die Rolltreppe, die nur ein Viertel oder ein Achtel kmh fährt. Und jetzt aber schon hier. Der Weg dazwischen, den hätte man ja spielen können. Ja, wird zum Somli. B, wird zum Somli. Wir gehen. Der Film zeigt uns, wie wir sein könnten, wenn wir bessere Menschen wären. Sam, sagst du ihm nur... Sam! Er fangt auf. Wir müssen ihn rausfliegen. Komm her. Nein. Ich bleibe hier. Es muss eine andere Scheibe sein. Hollywood Boulevard. Die Zeit, als ich... ... alles für meinen Namen auf dem Weg gegeben habe. Ich bin so fokussiert auf der Welt, dass ich verloren habe, was wirklich wichtig ist. Du und ich beide. Emma. Und jetzt kommt in 25 Sekunden eine Werbung. Sorry, Leute. Ich bin sorry, aber wir können nicht riskieren, ihn... Ich weiß. Du bist richtig. Ich kann nicht weg von diesem. Das ist nicht mein Stil, in der Fall. Ich kann nicht wegzunehmen, was ich bin. Ja, das ist ein Hollywood-Einig. Geh zurück in der Niveau von Zeit. Nicht wegzunehmen, ohne mich. Und schau dir auf den Sniper. Hey! Ich glaube, da gibt es schon eine Menge zu tun. Und ich komme für dich. Oder war es David? Oh? Hä? Ende im Geländer? Warum können wir ihr nicht helfen? Ich hätte noch so zwei Kugeln übrig, weißt du? Ich kann doch gleich wieder runter rennen. Okay.